Ja, bei mir aber nicht. Ich hatte nur die ganze Nacht das Gefühl, ich habe nicht richtig tief geschlafen, sondern nur so leicht gedöst die ganze Nacht. Oh. Fühlt sich richtig gut an. Wenn du das Gefühl wegen jedem kleinen Scheuss aufgewacht bist. Du atmest und wachst deshalb auf. Ja, ungefähr. Okay. Bei mir war es einfach nur zu wenig Schlaf. Oh, gut. Da hab ich nur gewusst. Läuft. Hm. Was fehlt mir war, Boost um zu beschleunigen. Oh. Sehr gut. Beide verfehlt. Ich dachte mir, ich dachte mir, gut, dann probier ich es halt, aber ich brauch keinen Boost. Oh scheit. Du wusstest mir gar nicht sehr das Problem, sondern halt einfach, dass ich Scheiße war. Well then, Ben, you know what to do. Stop being shit. Es ist einfacher als gesagt in dem Spiel. Einfacher gesagt als getan. Ja, so, so, das war da richtig gut. Nee, ich fand deinen schon richtig. Nee, ich fand deinen schon richtig. Oh. Wieder mit Abstand letzter läuft. Dabei kam ich mir gar nicht so nutzlos vor. Nutzlos allemal nicht, nein. Verbesserungsfähig natürlich, immer. Das bin ich ja auch. Oh yeah, that's quite normal. Ach, nö. Doch, den krieg ich, wenn ich seitlich fliege. Sah auch sehr stark von da raus, als du den kriegst. Nö. Nö. Keiner von der Seite an. Für der Hund. Ach, scheiß. Oh Gott. Nein, ich hab keinen Boost mehr. Oh, keinen. Das war witzig aus. Wir werden halt ständig die fucking Boost-Dinger geklaut. Oh fuck. Danke. Danke. Okay, bei mir hab ich den wieder voll gehittet. Bei mir nebenbei auch. Den hab ich voll gehittet. Oh. Du fliegst ihn einmal geil an. Nö. Der Gegner macht ihn noch ein bisschen geiler. Oh, nice. Ne, den krieg ich nicht. Bin im Tor. Pull den Boost. Oh, go. Ach, schade. Ich dachte, ich könnte eine Finte machen. Neiiiin. Perfekte Finte, Ben. Perfekte Finte. Der hat mich nicht kommen sehen. Der wär auch drin gewesen, hätt ich ihn getroffen. Da. War nicht alles offen. Wow. Nice. Hab ich mit einem 8-Born-Eigentor geschossen. Musst dir mal angucken, was da passiert. Was? Was? I can't even be mad. Wow. Ich könnte... Selbst wenn ich wollte, ich könnte darüber nicht mad sein. Das war halt... Hä? Helfe ich denen halt noch, dass sie richtig positioniert sind. Wow. Sehr nice. Ich hab noch mal ein bisschen abgelenkt. Ich bin drunter getaucht leider. Ich hab noch nicht genug Boost schon wieder. Huiiii. Hallo Ben. Oh shit. Wir haben sogar noch gekriegt. Nein, Jimi Hendrix left the match. Ich hab einen zertifizierten Hut bekommen. Ah. Und einen Nitro-Crate. Die kann ich dann mal öffnen. Ach du bist hier auch Platin 2. Hier war ich Gold 2. Da stand uns scheiße wieder langweilig. Es gibt jetzt einen Takumi mit Vector-Dingens. Triplex. Die Räder sind richtig sick. Die Exotic Reels von der neuen Crate. Ganz awesome. Die sind ziemlich nice, ja. Und nur Bullshit. Ja. Komm schon. Fass hätte ich ein neues Auto gehabt. Jetzt hab ich schon ein Octane in blaues Decay bekommen. Wow. Warum? Wenn ich Lichtgeschwindigkeit als Basis nehme, ist die Kundin schon ganz schön lang. Weißt du? Das ist nett. Ich messe in Licht Sekunden. Oh Gott. Okay. Ja, da geh ich. Der ist schon angeflogen. Ja, aber ich war höher. Die Vermutung gehabt, er wäre schneller als du. Nee, der war genauso langsam wie ich. That is sad. Oh Gott, nee, den krieg ich nicht. Nicht so in Folge kann ich den spielen. Nein. Please don't. Ich spare doch ein Tor. Alle drei oben. Läuft. Ja. Nee, nee. War nur ein bisschen gequetscht. Random. Hallo Vincent. Oh, schade. Oh Gott. Nee, der krieg nicht. Der ist direkt vom Tor. Dankeschön. Ich habe immer noch die niedrigsten Punkte, aber ich habe eine Vorlage. Warum waren die jetzt alle da vorne? Warum waren die jetzt alle da vorne? Nee, der geht. Nee, der geht. Nee, der geht. Ach komm. Hm. Ich wurde im Ballspiel nicht weggeräumt. Schade. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, hätte der Necromanz überhaupt eine Chance gehabt, die es doch hätten gehabt. Wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Crypt of the Necrodancer. Das Spiel soll super toll sein, aber ich mag die Grafik so wenig, dass ich es nie ausprobiert habe. Wenn ich nicht mitspiele, macht der die Toro. Soll ich rausgehen? Nein. Perky the turkey. Hm. Kind of a funny name though. Die Notte. Warum? Hm. Unmünftig. Nope, 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 bin genau vorbeigeflogen. Aua. jetzt kommt er aber so geil ich nicht da ja ich habe mal wieder am anfang der ist irgendwie höher abgesprungen als ich vermutet hatte und da wurde mit turbo geklaut, kacke, da ist turbo, meint's, ach boost, du redest von boost hä, welcher turbo soll mir noch geklauert werden in dem spiel, hä turbo, was zur hölle ist, was zur hölle meint er mit turbo old school, old school, da hat man turbo gesagt zu boost oder nitro, ja, wissen wir ja doch was ich meine, nitro hätte ich ja schon verstanden, aber turbo muss mal kurz hier weg, das ding ja, wir kruppeln hier ganz schön was zurecht oh, sehr gut, ne, irgendwie grad nicht well then, you gotta do something rumgekribbel des Todes, ey ich war am ball zuletzt, glaub ich tödlich herumgekribbel des Todes auf death so ungefähr ich hole boost oh nö also die kribbel geht weiter Vincent jawoll ich hab den ball mit dem gegner reingedrückt ja, passiert ja, was du bist zwar dahinter, aber weißt du was oh, gibt dir well, du solltest mich im Ziel waren, nein, du wirst zwar im Ziel sein oh, schaue ich hab immer fliegen öfter mal als der random sich etwas recht hinter dich gestellt hat nachkommen wenn die infekt was abgewehrt zum glück noch und so ich bin nicht mitgerechnet die noch truss Prozent ich bin auch scheiße angeflogen hat ihn wohl ich mir ich habe mich ich habe mich aus Versehen vor den Gegner gestellt aus Versehen ist red vorhin platziert er hat mich so übelst weggebrüllt dass er selbst keinen Schub mehr hatte und ich bei uns im Tor stand nach dem Motto matz geschwindes Schein zu langsam random zu langsam ich habe ihn vorgelegt ich kriege so richtig geile Füsse hin und was passiert ich kann ihn nicht rein sorry ich hab dich nicht gesehen dass du angefangen bist oh shit oh shit zum Glück hat er ihn selber wieder rausgelotzt da können wir den Gegner fast ein bisschen danken thank you thank you kind sir da flog ein Gegner weg vom Ball hier habe ich aus Versehen mit Absicht mitgenommen plop mach du denn jetzt denn mach ich doch war doch dabei ja den musst du wieder machen den nehme ich doch mit an ich habe ihn dir gegeben bitteschön das ist der komische Ren der macht mir Sorgen ja der hätte den einfach mal durch lassen sollen anstatt den dort noch irgendwie komisch hoch zu spielen ich habe verfehlt aber ich kann ja dort nicht weiter spielen ich habe mich weg gerammt interessante technik wir beide ich wusste nicht dass er anfährt dort an der stelle sorry weiß man halt nicht weiter anführen war nie bei dem random kann man sich das auch nicht in feinster form denken leider schade bitte mit ball den winkel nicht mehr hingekriegt da kann ich nicht nicht ansatzweise ja wir haben das tor gewonnen weil du Gegner ins tor geschoben hast mit dem ball wir haben das spiel gewonnen nicht das tor gewonnen die waren jetzt alle platin 2 und unser mitspieler war platin 3 gut mit meinem gold 3 ich fühl mich ja richtig wohl